Hey Leute, was geht? Ich war von ganz einem Video mit Ente. Aber warte mal, wo bin ich hier? Hä? Was geht? Hä? Warte, Ente, was geht? Was geht, Alter? Wie geht's dir, Junge? Hä, mir geht's gut. Und dir? Wo bist du? Kannst du mich jetzt mit dir rausholen aus dem Babyband hier? Hä, was ist mit dem Babyband? Wo steckst du, Alfa? Hier im Wohnzimmer, Mann. Hier. Ich bin hier eingesperrt. Bitte renne mich. Hä, wo ist das Wohnzimmer? Du bist doch da. Hier. Ich bin im Babyband. Ach da, was geht, Bro? Bitte renne mich. Ich will hier raus. Komm schon, bitte. Hä, wie kann ich dich nehmen? Warte, kann ich auch die Kamera ändern? Ich glaube, das geht heute. Ah, man kann die Kamera ändern. Hey. Ja, ich bin hier rausgekommen. Danke. Einmal. Aber warum kippst du um? Ich kann sogar laufen. Guck mal. Hä, was? Hä, wie kann ich dich aufnehmen? Ich glaube, du musst mich anklicken oder so. Geht das? Hä, das geht nicht. Ich habe gerade eine Schere gegessen. Ich glaube, mir geht es nicht so gut. Du hast eine Schere gegessen? Eine Schere. Oh, das glaube ich nicht schlau. Oh, aber guck mal, ich habe schon laufen gelernt. Konnte ich letztes Mal laufen? Ich glaube noch nicht, oder? Ich weiß nicht mehr. Guck mal, ich kann krabbeln wie ein Baby. Ich war doch damals die ganze Zeit am Krabbeln, glaube ich. Ey, mach mir nicht nach. Hör auf. Ich mache mich fertig. Ey, ich beobachte dich, dass du keinen Bock missbaust. Kann ich dich irgendwie fertig machen? Kann ich hier durchgehen, Leute? Ich muss mal probieren. Komm, geht das auf? Das kann man auch machen. Hey, komm zurück. Bitte. Ja, ich bin da reingegangen. Wo bin ich? Wo bist du? Komm zurück. Du wirst mich niemals finden, Junge. Oha, was kann ich hier alles machen, Leute? Das wusste ich gar nicht. Ich bin Tata. Let's go. Hey, was machst du denn? Ich sehe dich nicht mehr. Ich mache gar nichts. Oh, es ist hier richtig gefährlich, was ich hier mache. Du musst mich retten, Papa. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo du bist, Bro. Wir können jetzt endlich raus, Kim. Wir konnten letztes Mal nicht raus, oder? Wir können jetzt in den Garten. Ich glaube, es gab ein Update. Hey, geh nicht in den Pool, Alfa. Endlich, ich kann nicht schwimmen. Du musst dich retten. Let's go. Komm da raus, Bro. Ich hoffe, ich muss dich mal schnell retten, Ente. Wie kann ich dich retten? Wie geht das? Los, halt, rette mich. Wie kann ich dich retten? Zeig mir die Taste. Ich weiß nicht. Anklicken oder enden oder keine Ahnung. Oh, Alter. Okay, ich muss dich selber retten. Ich will dich auch nicht besiegen. Rente dich selber, rente dich selber. Ich habe ein Problem, wie das geht. Guck mal, ich bin ein Baby, was schon schwimmen kann. Wie krass ist das? Ich kann auf Wasser laufen. Was geht bei mir ab? Siehst du das? Du kannst auf Wasser laufen. Jetzt fliegst du bei mir. Ich bin auf das Brett gesprungen. Ich glaube, ich habe es richtig selber. Ey, das Spiel ist so verbatgt irgendwie. Warte, wie komme ich jetzt hoch? Swim? Up? Ich komme hier gar nicht hoch. Ich glaube, ich bin stark. Es geht. Oha, nice. Aber ich will jetzt auch noch einmal springen gehen. Let's go. Ich habe keine Energie mehr. Du musst dich füttern. Ey, was soll ich dich füttern? Ich muss in den Pool rauskommen. Wieso kannst du fliegen? Keine Ahnung, was bei mir abgeht. Irgendwas stimmt nicht mit dem Game. Du fliegst bei mir die ganze Elbe. Ey, wo fliegst du hin, Mann? Ich habe keine Ahnung. Oha, du trittst dich wie ein Beyblade. Hey, jetzt fliegst du richtig dumm. Was ist hier los? Oha, jetzt klappt es auch bei mir. Ich springe immer höher und let's go. Pass auf, Mann. Geh nicht rein. Hey. Ich bin auf den Boden geladet, aber nichts ist zum Glück passiert. Nice. Boah, warte, ich kann hier direkt... Guck mal. Ja, ja, das sieht sicher aus. Jetzt kann ich hier sicher schwimmen, oder? Hä, fliege ich bei dir auch in der Luft irgendwie? Äh, wenn ich dich sehe, dann bist du am Fliegen. So, ich will doch mal richtig ins Wasser springen. Wie viel Zeit habe ich eigentlich noch? Oh, oh. Ich habe nur noch 30 Sekunden, glaube ich. Oh, gut. Das heißt, ich springe jetzt und dann gehe ich... Oh, ich habe keine Energie, deswegen kann ich nicht mehr schnell laufen. Ich weiß jetzt, wie ich mich besiege. Ich mache jetzt einen richtig krassen Sprung und dann bleibe ich unten. Ich habe noch eine Minute Zeit, ich muss mich beeilen. Komm schon. Du darfst es nicht schaffen. Ach, unten ist die Zeit. Ah, da sieht man die. So, jetzt springe ich aber richtig hoch. Jetzt wird es richtig abgehen. Ah, falsche Richtung. Oh, nein. Rötte mich. Ich muss schnell runter, ich muss runter. Ich muss mich besiegen. Ich komme gar nicht runter mit dem Ring. Oh, das ist jetzt schwer, warum? Das ist gut so. Hä, als ob der so sicher ist. Was ist das? Hä, aber wenn du runter gehst, dann... Hey, jetzt kann ich... Jetzt kann ich... Ah, ich glaube, du kannst einen neuen holen gehen und mir den anziehen, bestimmt. Jetzt bin ich down gerade, ich muss mich wiederbeleben. Hä, du hast nicht mehr lange Zeit. Nein, ich check das Geld nicht. Ich besiege mich gleich. Ich habe nur noch ein paar Sekunden. Oh, ich bin schon ganz... Ich kann nicht runter, das tauchen wegen diesem Ring. Ich bin schon richtig lila geworden. Oh, oh. Das glaube ich gar nicht gut, Leute. Oh, nein. Bitte, ich muss noch 10 Sekunden. Nein, ich habe gewonnen. Hä? Ja, wer das Menü richtig verändert? Warum habe ich da so eine Batterie und so? Was ist das? Hä? Ach, ich habe hier den Staubsauger. Deswegen... Hä? Ich kann hier, glaube ich, alles aufsaugen. Warte mal. Warte, ich will den Staubsauger nehmen. Ich glaube, ich kann alles Gefährliche, kann ich dir wegnehmen. Hey! Wo bist du überhaupt? Ich habe mich noch gar nicht gesehen. Du bist im Babybett, ne? Hey, nicht mehr. Äh, oh, oh. Ich muss dich schnell retten. Da bist du. Es hier nix. Ich räume alles auf. Hilfe! Oh, ich kann es aber nicht aufsaugen. Das wollte ich gar nicht. So, alles Gefährliche. Muss ich hier erstmal wegnehmen, schnell. Jetzt kommt Batteries leer. Nein, Batteries leer. Oh nein. Oh, ich glänze gerade in den Mixer. So, ich habe es einfach weggeworfen. So, was? Höre auf. Mach den Mixer an. Nein, habe ich nicht. Hör auf, mir die Sachen zu nehmen. Mann, ich nehme dir jetzt alles weg. Nein, nein, nein. Lass mir den Mixer. Nein, ich nehme lieber alles. So, Leute. Ich kann hier alles aufsammeln, glaube ich. Hey, wo gehst du da rein? Geh da raus. In die Spülmaschine. Nein, Mann. Kann ich dich irgendwie nehmen? Als ob ich dich nicht nehmen kann. Was ist denn das? Und der Toaster. Was soll ich gegen dich machen? Oh, oh. Oh, ich trinke mal Seife. Ich kann nur zu dir winken oder was. Warte mal. Oha, wie lang ist mein Arm. Ey, auf die Sachen. Hör auf, das alles zu essen. Hör auf. Ich muss mich schnell füttern mit irgendwas Gesundem. Ist hier noch irgendwas Gesundes? Hier ein Cookie. Ich weiß nicht, ob der gesund ist, Leute. Aber das ist jetzt nichts, glaube ich. Ähm. Geh mir mal die Schärme hier oben. Nein, warte, Junge. Oh, Kekse. Ich brauche schon gesunde Sachen für dich. Aber wie gebe ich die nicht? Kannst du noch reden? Da, eine Banane. So, wir entnehmen die. So, ich pick ab mit E. Okay, hab die. Jetzt muss ich dir die geben. Wo bist du? Damit du schnell gesund wirst. Ey, auf damit. Ich bin gerade irgendwas. So, jetzt kann ich dich füttern. Her damit. Ist die Banane. Jetzt bist du gesund, oder? Bisschen besser ist es, glaube ich. Aber ich werde die Schärme essen. Nein, auf. Hä, was ist mit mir los? Hä, ich musste mich gerade wieder beleben, oder so. Ey, hör mal auf, du kleiner Frechdachs. Hä, was für Frech. Ich muss dich hier noch mit der Dose füttern. Ich glaube, die ist gesund. Ich hoffe mal. Jetzt geht es mir wieder nicht gut. Ich glaube, ich habe auch irgendwas Gefährliches gegessen. Ich habe nichts. Du hast mir irgendwas Gefährliches gegeben, Junge. Jetzt habe ich die ganze Zeit Probleme. Wie, was macht die alles hin, Mann? Ich habe mir das vorgekommen. Oh, ich habe, glaube ich, nichts mehr gesundes, Leute. Ich rutsche die ganze Zeit auf meiner Kanker raus. Hey, und ich rutsche auch die ganze Zeit aus. Was ist hier los, Mann? Die Bep ist, glaube ich, so voll back, Leute. Jure, ich sehe... Ich habe verloren, so schnell. Was, Alter? Ich bin da draufgegangen. So, jetzt bin ich, Bibi. Komm her, Mann. Jetzt esse ich hier die Batterie und so. Hey. Das ist ja richtig giftig, Leute. Muss man wirklich Respekt vorhaben. Immer aufpassen. So. Komm schon, wo sind die Batterien? Du kannst mich eh nicht nehmen oder so. Oh, was ist das? Hey, hör auf, das zu essen. Habe ich hier schon gegessen? Ich glaube, ich habe es schon gegessen. Ähm, oder, warte? Ich brauche einen Gefährler... Äh, genau. Hier sind Batterien. Und zack. Oh, Leute, nicht essen, Mann. Soll ich euch das nicht empfehlen? Es bitte nicht mit, Mann. Hey. Oha, guck mal, wie grün ich werde. Das ist gar nicht gesund mehr. Hey, wie kann ich da was aufnehmen? Gar nicht, Alter. Ente, ey, du musst mich schnell retten. Nimm die Banane. Mit E kannst du die, glaube ich, nehmen. Ente, rette mich. Oh, dreigesteckt. Mein ganzer Bildschirm ist schon grün. Hä? Hä, du bist bei mir stehen geblieben. Hä? Mag das Spiel? Ente? Ja, ich bin doch da. Du bewegst dich nicht mehr bei mir. Hä, dann pack das. Oh, ich glaube, das Spiel ist gerade kaputt, Leute. Ja, ich kann doch nichts mehr aufmachen. Okay, wir müssen neu starten. So, jetzt passe ich besser auf dich auf, du kleiner Frechdachs. Komm her, Mann. Kann ich nicht füttern? Mit was? Hä? Wollte ich mich gerade mit dem Staubsauger füttern? Habe ich das gemacht? Ähm, ich weiß nicht. Ja, Mann, du hast mir wehgetan. Ich muss hier weg. Wette, was geht? Ey, mach nicht wieder alles kaputt, Mann. Oh, Mann. Guck mal, der arme Tisch. Ich habe voll Angst vor dir. Das war ein bisschen so stark, hä? Wie kannst du das alles machen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Was? Ich bin ein muskulöses Baby. Ey, guck mal. Ich kann nur zu dir winken. Ich kann dich nicht aufheben. Das regt mich irgendwie auf. Oder warte, werde ich mich bücke oder so? Vielleicht geht's ja an. Was geht, Mann? Komm her, Mann. Was mache ich? Sieht so dumm aus, Leute. Da war es schönes drin. Ich habe, glaube ich, die Idee, wie ich dich nehmen könnte. Ich habe Lollipop gegessen. Guck mal, wie schnell ich bin jetzt. Als ob. Warte, ich bin draußen. Ich hole jetzt so einen Ring. Ich glaube, den kann ich dir anziehen. So, warte mal. Ich kann den hier nehmen. Und ich glaube, ich kann den jetzt rüberziehen. Hilfe. Will ich ins Wasser gehen? Warte. Warte. Ich kann nicht nur füttern damit. Da steht nur füttern. Hä? Als ob. Nein, das mag ich so. Oh, perfekt. Jetzt kannst du. Ich bin im Wasser. Warte, jetzt bist du sicher, oder? Ja, ich glaube, jetzt kann ich sich runtergehen. Ja, ein Zopp. Oha, wie krass ist das? Nice. Wo kann ich? Nee, es geht nicht richtig. Gut, so. Bleib oben. Ich brauche dich noch. Sonst kriege ich Ärger von meiner Frau. Du musst mich doch ewig killen können. Nein, 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 nein. Hör auf. Ich habe den Ring ausgezogen. Wie du hast ihn ausgezogen? Das geht gar nicht. Hä? Gib dich schnell neu. Nein. Ich kann nicht so oft eingeben, so oft wie ich will. Ich will hier raus. Jetzt habe ich ihn wieder ausgezogen. Ich kann ihn sogar werfen auf dich. Komm her, Mann. Oha, ich habe ihn hier so... Oha, als ob das geht. Ich muss hier raus. Oh, ich warte. Ich glaube, ich kann ihn benutzen, gar nicht mehr nehmen. Nein, nein, das geht nicht mehr. Oh, oh. Kann ich hier echt nicht nehmen? Nein, das geht nicht. Oh, oh. Hey, was machst du da? Hey, gar nichts. Ab dem Wasser. Oh, ich muss mich füttern, glaube ich. Wie ins Wasser. Ey, Alter. Oh, oh. Oh, jetzt schwimmt das Baby in der Hunde. Ich glaube, das kann ich dir aber noch geben. Damit sollst du auch sicher sein. Komm her, Mann. Ich gebe dir eine Nudel. Hey, hey. Hä? Ich schwimmt dich gar nicht. Wo bist du? Ey, auf. Geh mit der Schwimmel-Nudel weg. Ich muss hier raus. Ich muss dich retten, Mann. So, hat es geklappt? Nee, hä? Warte, ich kann ihn nehmen und was kann ich damit machen? Ach, ich kann damit rumschlagen. Hä? Warum? Hä? Das gibt doch gar keinen Sinn. Ich kann damit richtig kämpfen. Soll ich hier mit der Batterie hin? Die sind lecker aus. Nein, warte, ich muss dich retten. Pass auf, mein Sohn. Ey, komm jetzt. Ich muss dich eh auf. Das ist zu essen, Mann. Ja, du bist nicht so lecker. Hör auf. Ich komme jetzt mit der Nudel gegen dich. Warte, funktioniert das? Ey, ich kippe die ganze Zeit um jetzt. Nein, nein, du bleib am Leben. Ich brauche dich noch. Jetzt mache ich hier alles kaputt, oder was? Ey, Leute, was passiert jetzt? Fliege ich hier rum? Egal, Leute. Lasst ein Like, dann lasst ein Abo. Ich kann nicht mehr aufstehen. Das funktioniert nicht mehr. Egal, lasst ein Like, dann lasst ein Abo. Dann shoppen vorbei, wenn ich das Video ballert. Und dann bin ich angeregt. Ciao.